Ja hallo, hier ist der Thomas von der Predicate aus Bonn. Heute habe ich für euch ein paar Tipps, wie ihr neue, interessante Themen mit Potenzial finden könnt. Themen zur Softwarearchitektur zum Entwickeln, eigentlich auch für fast jedes beliebige Thema. Ich zeige euch das natürlich ganz genau, wie es sich für diesen Kanal gehört, für die Softwareentwicklung. Also mir geht es nicht darum zu sagen, das sind jetzt die Themen, beschäftige dich mit X, Y oder Z, sondern ich will euch meinen Prozess zeigen, wie gehe ich vor, wenn ich mal ein paar Minuten Freizeit habe und ich frage, wie könnte ich mein Wissen komplementieren, wie sehe ich zu, dass mir kein neues Thema entgeht, dass ich auf dem Stand bin und mitreden kann. Ja, ich fange mal an mit so einem Treffer, den ich mal hatte und mit meinem ersten Tipp. Und zwar meinen ersten Tipp, der hat mich dazu geführt, dass ich früh mit REST in Verbindung gekommen bin, also mit Representational State Transfer oder jetzt den APIs. Und ihr seht es zum Beispiel hier, ich google nach REST und da kommt jetzt zum Beispiel Wikipedia und an Stelle Nummer 3 und das ist jetzt eine Google-Suche mit einem Wort. Da kommt ein Artikel, den ich vor Urzeiten mal geschrieben habe. Das Foto ist neuer, das Design ist auch neuer. Das ist auch bei einer Firma, bei der ich mittlerweile nicht mehr dabei bin. Unheimlich interessante Firma, OEO oder jetzt ein Teil von Trivadis in Mannheim. Sehr gute Leute dort und ja, ich muss allerdings sagen, ich bin ein bisschen beeinflusst, da ich mal bei denen war. Okay, also dort habe ich im November 2002, also schon eine ganze Zeit lang ist das her, einen Artikel zu REST verfasst. Und ja, wie kommt man dazu, so früh sich mit REST zu beschäftigen? Das ist mein erster Tipp. Ich habe einfach dem Kunde zugehört. Wir hatten einen Kunde damals, der sich mit Knowledge Management beschäftigt hat und der ist zu uns gekommen und hat uns gebeten, schaut euch doch mal REST an. Da gibt es was Neues im Bereich Semantik Web. Vielleicht könnte das bei uns was fürs Knowledge Management sein. Ja, aus dem Knowledge Management Projekt wurde es dann nichts, aber ja, ich war begeistert von REST, hat mir das Ganze angesehen und bin dabei geblieben. Ja, das war jetzt nicht mein eigener Verdienst mit REST, das war einfach, ich habe dem Kunde zugehört und wenn ihr öfters mal, ja, oder wenn ihr regelmäßig euren Kunden zuhört, dann stellt ihr fest, dass die vielleicht im Beratungsgeschäft immer mal wieder ein neues Thema bringen oder irgendwas, was ihr noch nicht gehört habt, schaut es euch an. Da könnte das nächste REST dabei sein. So, mein nächster Tipp macht sich die KI zunutze, die künstliche Intelligenz und zwar verwenden wir jetzt Amazon, um rauszubekommen, welche Unterthemen, welche verwandten Themen es gibt zu einem größeren Thema. Das größere Thema ist zum Beispiel Microservices. Wir beschäftigen uns ja auch auf diesem Kanal ganz intensiv mit den Microservices und jetzt stellen wir uns mal vor, wir möchten zu Microservices weitere Themen finden, die was mit Microservices zu tun haben. Und da suche ich bei Amazon einfach ein Buch zum Thema, meistens das erste, das kommt. Gehe hier runter zu den Vorschlägen, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Ja, und dann gehe ich einfach mal so die nächsten 15 Bücher durch, bestelle die und lese die durch. Nee, mache ich nicht. Könnte man machen, aber ich schaue jetzt erst mal so, was für Themen da dabei sind. Und da sehe ich, aha, zu Microservices passt auch Big Data, Data Science, Domain Driven Design, Enterprise Application, Clean Architecture. Oder sollte ich mich vielleicht mit Kubernetes beschäftigen, mit Continuous Delivery, Continuous Deployment, Apache Kafka oder den Enterprise Integration Patterns. Also ihr seht, das sind jede Menge spitze Tipps, gute Themen, zukunftsträchtige Themen und das liefern euch einfach die anderen oder Amazon. Ich habe nochmal eine weitere Quelle, die in diese Richtung geht, und zwar Google Trends. Ich kann jetzt auch bei Google Trends mal zu Microservices suchen und wieder, ich sage mal, die Data Science von anderen zu benutzen, um etwas über weitere Themen herauszubekommen. Und wenn ihr zum Thema sucht, wie zum Beispiel Microservices, ja, ich nehme nicht den Suchbegriff, ich nehme das Microservices-Thema, gehe ein Stückchen runter und dafür sehe ich die verwandten Themen. Da gibt es die zunehmenden Themen und es gibt die absoluten Themen. Ich schaue mal, was ist zunehmend, was kommt gerade? Orchestrierung. Sag mal, das hatten wir doch schon mal bei der SOA. Ja, das kommt auch so ein bisschen rein bei den Microservices. Vielleicht sollte ich mich mit Orchestrierung auseinandersetzen. Oder Skriptsprachen, Rechnernetze, Todesstern. Ups, das müsste, aha, das sind Ausreißer zunehmend. Ich stelle dann doch lieber mal um, top auf die absoluten. Und da sehe ich, Microservices hat was mit Architektur zu tun. Okay, da habe ich noch keinen konkreten Hinweis. Aber hier das Spring-Framework. Vielleicht sollte ich mich auch mit Spring beschäftigen, um damit mit den Microservices weiterzukommen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Java, ja, es ist komisch, dass da Java kommt und nicht Go oder irgendeine coole Sprache, sondern hier kommt Java wahrscheinlich auch mit dem Spring-Framework. Ich könnte mich auch mit Java beschäftigen. Docker hat ganz stark was damit zu tun, Programmierschnittstelle auf jeden Fall. Kubernetes, ja, Cloud Computing, Software Test und natürlich REST. Also, Google Trends ist auch eine gute Möglichkeit, um weitere Unterthemen zu finden über die verwandten Themen hier. So, jetzt möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen alternativerer Blick da drauf bekommen. Und dazu gehe ich zu Reddit. Ich suche nach Microservices und schaue mal nach, was Reddit so dazu meint und auf was ich da noch mal so stoße. Ja, Communities, Programming, Java, Microservices. Also, Java passt hier vielleicht wieder. Und dann gucke ich mir hier unten an, welche Themen werden hier gerade diskutiert. Oh, Microservices are going rapidly out of fashion. Also, das Thema wurde am stärksten zu Microservices aktuell hochgevotet. Vielleicht soll ich mir das mal anschauen. Vielleicht lohnt es sich, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, außer den Microservices. Vielleicht gibt es da schon was Neues oder es gibt da ein paar Probleme und dann sollte ich mich vielleicht auskennen, um mitreden zu können. Ja, es geht gerade so weiter. When not to do Microservices. Goodbye Microservices. Microservices are something you grow into. Not begin with. Ja, auch ganz clever. Ja, und hier sogar noch mal was zu Monolithen. Service Mesh. Vielleicht ist das was. Ja, 57 explodierende Trends. Das wäre auch was zum Anschauen. Da kriegen wir vielleicht auch neue Trends raus. DevOps kommt hier und so weiter. Hier habe ich vielleicht noch mal ein paar Themen. Golang, Docker, DevOps. Ja, da wäre schon ein bisschen was dabei. Twitter darf natürlich auch nicht fehlen. So langsam bekommt Twitter bei uns oder in der Entwickler Community, da ist die Rolle schon da. Aber insgesamt finde ich, ist Twitter in Deutschland noch mal so ein bisschen, ja, unterschätzt. Twitter finde ich eine ganz tolle Sache, um auch neue Themen zu finden. Und da gehe ich folgendermaßen vor. Ich, ja, folge einigen Entwicklern, Softwarearchitekten, Vordenkern, die so ganz gute Meinungen haben, denen ich mich anschließen kann. Und wenn man sich das so aufgebaut hat, geht man durch. Und ich schaue da nicht sofort, wenn einer was zu einem neuen Thema schreibt, sondern ich schaue, ob derjenige immer wieder oder andere das gleiche Thema haben. Und wenn ich sehe, dass das gleiche Thema nicht nur dreimal, sondern zehn oder zwanzigmal auftaucht, dann sage ich mir, Mensch, das ist vielleicht was. Wenn die sich da drum kümmern, dann sollte ich vielleicht auch mal da reinschauen. Und ich mache das einfach mal so für meine, ja, für meinen Twitter-Stream. Und ja, beim Patrick ist da oft was dabei. Und der hat hier was vom SIPACH. Da müssen wir mal gucken, über was der spricht. Configuration in Java. Der Martin. Microsoft kauft HashiCorp. Ja, aber ich will so ein bisschen nach Themen schauen. Ja, Stefan. Agile. Oliver ist auch so eine ganz gute Quelle. Prototypes make your hands dirty. Kann ich absolut so folgen. Ja, Serverless. Das könnte auf jeden Fall nochmal ein Thema sein. Heute natürlich die Wahl. Ja, am Waldtag ist es ein bisschen schwer, da was zu finden vielleicht. Aber, ja, wenn ihr so durchgeht, dann werdet ihr trotzdem immer mal wieder irgendwo ein Thema finden, das sich vielleicht lohnt. Und hier, Kubernetes, haben wir heute schon mal gehört. Also, da hätte man doch schon mal was. Oder was hat der Thilo? API-Entwicklung und Fallen dabei. Ja. Okay. Ja, schaut mal so wieder durch. Baut euch, ja, ein Stream auf, in dem, dass ihr den richtigen Leuten folgt. Und schaut, was die so an Themen, was die so besprechen. Ja, vielleicht ist da was Interessantes dabei. Ja, und mein letzter Tipp, das ist, arbeitet irgendwo, wo ihr ein Umfeld habt mit vielen Entwicklern, bei denen, ja, ihr solltet euch austauschen können in der Mittagspause, in der Kaffeepause zu Themen. Ihr solltet euch ab und zu mal zu anderen Kollegen einen Arbeitsplatz setzen und mal schauen, was die so machen. Und auf diese Weise, ja, habe ich Kontakt bekommen, beispielsweise habe ich IntelliJ entdeckt, Visual Studio Code beispielsweise. Ja, oder auch Docker. Plötzlich haben Kollegen mit Docker gearbeitet. Ich habe das Ganze gesehen und habe das Ganze aufgenommen. Also, dafür ist es wichtig, dass ihr Kollegen habt, die aufgeschlossen sind zu neuen Technologien. Und schaut einfach mal, was die so machen und vielleicht findet ihr da was dabei. Ja, ein Tipp habe ich noch und zwar Meetups. Meetups, das ist eine ganz tolle Sache. Wahrscheinlich kennt ihr die Meetup-Seite und die Veranstaltungen, die da so stattfinden. Da könnt ihr einfach sagen, ihr interessiert euch für das Thema Softwareentwicklung und Technologie. Und dann schaut ihr, welche Vorträge es hier gibt. Nicht nur vielleicht bei euch in der Nähe, die ihr besucht, vielleicht auch irgendwie in anderen Städten. Und da geht ihr mal durch die Themen durch. Also, hier zum Beispiel Serverless bei der Serverless-Gruppe in Bonn. Google Functions, der Elk-Stack, Docker und so weiter. Da findet ihr dann auch Themen, Themen, für die sich Privatleute interessieren. Also, ich würde einfach hier auch schauen, welcher Vortrag wird von jemandem gemacht, der nicht von dieser Firma bezahlt wird. Also, umsobald sich jemand ein Thema einarbeitet, sich die Mühe macht, einen Vortrag zu halten auf dem Meetup, zu einem Thema, für das er nicht bezahlt wird, dann sieht er da ein Potenzial drin. Und das könnte dann vielleicht auch interessant für dich sein, wenn jemand anders hier so ein Potenzial erkannt hat. Also, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin und habe abends nichts zu tun, dann schaue ich, welche Meetups gibt es dort. Ich gehe auf diese Meetups. Ja, und vielleicht ist da ein Thema dabei, das man so mitnehmen kann und sich da nochmal anschauen kann. Ja, soweit meine Tipps zum Finden von Themen mit Potenzial. Vielleicht hast du auch nochmal ein paar Tipps. Ich würde mich freuen, wenn du die in die Kommentare hier unten eintragen könntest. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir eine gute Bewertung. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn du uns so unterstützt. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Tschüss.